Die geile Seidl. Die geile Seidl. Bist du narisch? Ich war junger Bub mit 19 Jahren, leiste bei einer Person auf. Seidl macht mir eine Person auf oben ohne. Was? Eddy, kannst du einen Trinktanker? Ja, du hast schon wieder vor. Du, du bist dran. Bist du narisch? Puh! Sie hat gesagt, entschuldigen, ich habe gedacht, mein Mann ist da, da müsste ich mit einem von Nachtdienst kommen. Ich habe gesagt, kein Problem, ich bin alt. Und sie hat das so lief gefunden. Seitdem macht ihr die geile Seidl, die wir nachher aufgehoben. Und sie weiß, dass wir nachher aufhoben, ich weiß, dass wir nachher aufhoben. Die macht niemanden. Das Einzige, was ich nicht so leiden kann, ich bin ja der Schüfte. Ich grüße Sie, Frau Seidl und schau wieder weg und sie ist dann so, hallo Postler. So, ja, so das Alpfortier kann man sein. Ja, Leute, einmal wo ist Alpfortier? Kommen wir aufs Postamt, auf mein Postamt. Sie ist ein Packer zum Zustellen. Und die Packern schauen alle gleich aus, von außen. Ja, selbe Firma. Ordnung und Versand. Kennst du das? Eher Natum, ja. Erdruck nicht versand, ja. Denn ich bin her, freisum, Seidl. Ich bin doch der alte Sau, ja. Alles, die man stehen lassen, ja. Ab zu ihr, ja. Mach mir das Seil nicht auf. Wahrscheinlich die Schamgrenze überschritten. Ja, man darf nicht reinschauen. Nicht einmal der Postler, du weißt was. Also, wenn es ein Geheimnis gibt, dann gibt es das Postgeheimnis. Richtig. Gut, mit dem Packer kann ich was trissen, was ich so mache. Aber, komm. Gut, ich bin mal drinnen im Schwarz gehalten, so ein Ton. Und dann war ich mal drinnen. Ich bin mal drinnen im Schwarz gehalten, da bin ich oben gestabelt. Das geht doch nicht. Am 40. wo ich Leute habe, macht es mir auf, die geile Seidl. Mit einem Podiemantel, mit selber gerissen. Oh, ein Podiemantel. So, ich sage dir bitte, ich sage dir danke. Was ist das hier? Oh, interessant. Das kenne ich nicht. Ich habe gesagt, das wird etwas orientalisches sein. Also, ich weiß schon, mein Landviertel, es wird nichts Landviertel. Zum Feld, Frau Holger. Gehört noch, Frau Christus-Lawandel. Das habe ich nicht bestellt. So, in Ordnung. Frau Seidl, Annahme verweigert. So, mit dem Absender, 6.840 Euro. Ja. Vielleicht hat es mein Mann bestellt. Also, für Wartig steht hier ein Stick. Wenn man das, dann gehen Sie es her. Oster, was kriegst du denn da jetzt von mir? Wir brauchen den Podiemantel. Danke sehr. Vielen Dank.